Der Aktionstag heute steht ganz im Zeichen, alle Kinder bewegen sich so gut wie sie können, so gut wie es ihren Möglichkeiten entspricht. Und das heißt für uns, dass wir an diesem Aktionstag verschiedene Bewegungsangebote den Kindern unterbreiten wollen und auch unterstützt durch unsere Sponsoren und die Veranstalter gelingt es uns mit Sicherheit an diesem Tag alles auszuloten, was bei den Kindern möglich ist. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass die Schulsportstiftung in diesem Jahr anstelle des Herbstfinales Jugend trainiert, diesen Aktionstag ausgerufen hat. Uns gefällt besonders an diesem Angebot, dass es ein sehr niedrigschwelliges Angebot ist, dass es alle Schüler an den Grundschulen einbezieht, dass es zu Bewegung motiviert, egal wie Sport, man ist. Es steht nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern eigentlich der Bewegungsgedanke. Wir sind noch da, wir leben noch und wir wollen aus der Pandemie heraus weiter da sein für die Schülerinnen und Schüler, für Bewegung an der Schule. Gemeinsam bewegen ist eine wichtige Aktion. Großen Dank an die Schulen, an die Sportlehrkräfte und natürlich 235.000 Kinder und Jugendliche haben heute Freude und Spaß und können gemeinsam etwas bewegen.